Atherosklerose, Arterienverkalkung, Arteriosklerose, Gefäßverkalkung Atherosklerose ist eine Veränderung der Blutgefäße, die über viele Jahre entsteht und zunächst unerkannt verläuft. Die Gefäßwände verkalken, verlieren ihre Elastizität und der Gefäßdurchmesser verengt sich zunehmend. Die Folge, das Blut kann nicht mehr ungehindert fließen. Wie entsteht Atherosklerose? Arterienverkalkung ist ein natürlicher Alterungsprozess. Blutfette und weiße Blutkörperchen, Leukozyten, reichern sich an der Gefäßwand an. Diese Ablagerungen nennt man Plakies. Durch folgende Risikofaktoren wird die Plakwebildung gefördert und tritt bereits in jüngeren Jahren auf, erhöhter Cholesterinspiegel, erhöhter Blutdruck, Hypertonie, Typ 1 Diabetes, Typ 2 Diabetes, Rauchen, Übergewicht. Neben diesen Hauptrisikofaktoren sind auch erbliche Veranlagung, Bewegungsmangel, Stress, eine Veränderung der Gerinnungsfaktoren, Hyperfibrinogenämie, und eine Erhöhung bestimmter Blutfettwerte, EPA, weitere Risikofaktoren. Die Wahrscheinlichkeit einer Atherosklerose-Entstehung steigt insbesondere, wenn mehrere dieser Faktoren vorhanden sind. Welche Symptome treten bei Atherosklerose auf? Die Atherosklerose verursacht lange keine Symptome. Erst wenn der Gefäßdurchmesser durch die Plakies deutlich reduziert wurde oder sich im Bereich des Plakies ein Blutgerinnsel, Thrombus, bildet, kommt es zu Symptomen. Je nachdem, an welchen Gefäßen die Veränderungen auftreten, kann es zu folgenden Symptomen kommen, am Herzen zeigt sich Arterienverkalkung zunächst in Form von Herzunge, Angina pectoris. Wird ein Gefäß ganz verschlossen, kommt es zu Herzinfarkt und in der Folge häufig zu Herzschwäche, Herzinsuffizienz. Arterienverkalkung in den Beinen führt zu Schmerzen, anfänglich nur in Verbindung mit größeren Belastungen, später auch beim Gehen kurzer Strecken, Claudicatio intermittens bzw. Raucherbein- oder Schaufensterkrankheit, oder in Ruhe. Eine Arterienverkalkung in den Becken Arterien führt bei Männern häufig zu Impotenz. Im Gehirn führt Arterienverkalkung zuerst zu einer Minderdurchblutung. Wird ein Gefäß komplett verschlossen, führt das zu Schlaganfällen, Apoplexien. Die Folge eines Schlaganfalls kann unter anderem die halbseitige Lähmung der Betroffenen sein. Arterienverkalkung in den Nierengefäßen verursacht in der Regel hohen Blutdruck und kann auch zu Nierenversagen führen. Welche Untersuchungen werden für die Diagnose benötigt? Die Krankengeschichte, Anamnese, gibt dem Arzt einen ersten Hinweis auf die Erkrankung und die Lokalisation der Gefäßverengung. Nachgewiesen werden zunächst die Risikofaktoren, die zu Atherosklerose führen. Eine Laboruntersuchung weist beispielsweise erhöhte Cholesterinwerte oder die Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus, nach. Zusätzlich wird der Blutdruck gemessen. Die Verengung der Blutgefäße kann mithilfe von Kontrastmittel und Röntgen, Angiografie, Herzkatheter, oder mithilfe von Ultraschall, Doppler-Synografie, dargestellt werden. Wie wird Atherosklerose behandelt? Da eine vorhandene Arterienverkaltung nicht durch Medikamente geheilt werden kann, ist die Vorbeugung besonders wichtig. Schwere Verkalkungen können chirurgisch behandelt werden, durch eine Ballonerweiterung oder einen Bypass. Um Atherosklerose zu vermeiden ist es wichtig, dass man Risikofaktoren wie Rauchen oder Übergewicht vorbeugt. Plus Plus mehr zum Thema, Behandlung von Atherosklerose Plus Plus Prognose Das Fortschreiten der Erkrankung hängt von den Risikofaktoren ab. Durch das Ausschalten der Risikofaktoren kann sowohl das Fortschreiten als auch das Auftreten von Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt vermieden werden. Inwieweit eine Rückbildung der Plakies möglich ist, wird noch diskutiert. Eine Stabilisierung der Plakies mit modernen Medikamenten, Statine, Azehemme, Edg, ist jedoch eindeutig erwiesen.